hey freunde fix wieder hier und heute mal eine survival runde runde meine ich ne und zwar habe ich mir gedacht ich mache mal ein bisschen survival games und bisschen pvp in minecraft aber ich muss das ein bisschen trainieren weil ich eigentlich ziemlich der noob bin in minecraft pvp und ja ich bin mal gespannt ob ich überlebt bis jetzt habe ich immer geschafft einen umzubringen also glaube ich diese folge habe ich auch einen umzubringen hoffe ich mal ja ich war schon ein paar mal im ding im deathmatch aber schauen wir einfach mal was was läuft jetzt ich kenne auch die map nicht also ich bin offen für alles geht weg von mir fleisch und super ok passt schon mal haben wir schon mal was zu messen ja außerdem ich habe mir endlich optifine geholt das heißt ich habe keine frame drops mehr kapierst du dich und letztens halt als ich mir geholt habe habe ich mir gedacht ja schaue ich mal rein wie viel freundlich habe und so mache ich minecraft minecraft auf und ja ich hatte 500 frames einfach so direkt vom minecraften stirbt ja ich hatte 500 frames in minecraft und das fand ich schon ziemlich krass was das ausmacht und jetzt bei der aufnahme habe ich dauerhaft zwischen 60 und 80 frames das ist natürlich cool wo jetzt ich habe ein hose und ein kopf und ein schwert schaut doch gut aus freunde und jetzt können wir eigentlich den davon umhauen er bewegt sich nicht stirbt wo hat er auch geschwerte klatsch ersten umgehauen ja mein ziel ist erreicht was machen wir jetzt jetzt suchen wir den zweiten außerdem texturepeck was gerade drin habe ist bugs weil ich privat sehr gerne mit dem spiel haben mir auch viele in die kommentare geschrieben dass ich das benutzen soll und dann habe ich mir gedacht nein und ich bin tot ja dann habe ich mir gedacht ich benutze es halt mal und schaue es mir an und ja ich finde es ziemlich cool soweit im let's play werde ich noch andere texture packs ausprobieren aber ich glaube für pvp werde ich nur spax benutzen weil es eigentlich ganz cool und ich glaube ich hänge noch eine runde 2 dran dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so freunde da bin ich wieder und zwar runde 2 survival games zum format survival games ich versuche es einmal wöchentlich mindestens rauszuhauen ich habe so geplant jeden sonntag mit survival sunday zu machen und ja da versuche ich immer mit anderen youtuber zusammen ein bisschen survival games zu spielen oder ja zu weibles und natürlich survival days und dann wollte ich noch so hide and seek oder so was spielen und ja ich schaue einfach wie ich das mache dieses video kommt heute glaube ich fünfter erst mal ich denke ja und ja ich mache halt wenn ich mal lust drauf habe survival games zu spielen dann spiele ich sonntag kommt auf jeden fall ein survival video und sonst ja immer random wenn ich gerade bock drauf habe gib mir essen brauche scheiße okay ich lauf okay ein helm ein apfel und ein gebratenes hähnchen außerdem wenn ihr wollt dass ich mal auf eurem server spiel oder was weiß ich ich kenne mich da nichts aus ich bin nicht so pvp aktiv in minecraft aber wenn ihr bock habt dass ich irgendwie bei euch auf dem server spiel oder so dann könnt ihr mir den in kommentare schreiben und dann schaue ich da halt mal vorbei und damit ihr wisst wann ich immer aufnimmt geil ein bogen könnt ihr mal auf meine facebook gruppe facebook seite schauen die steht in der beschreibung schon immer und da werde ich dann immer posten wenn ich so wäre games aufnehmen und dann könnt ihr eventuell da in die kommentare nochmal eure server reinschreiben und ich brauche mehr kisten ja das war eigentlich das größte außerdem steht in den kommentaren auch noch instagram falls ihr irgendwie ein paar fotos von mir sehen wollt was weiß ich nur instagram können auch mal vorbeischauen und ja in twitter haben viele gesagt manche gesagt oh gott was das denn für ein team haben manche gesagt dass ich mir machen soll aber da habe ich momentan noch nicht so die zeit für gehabt oh gott ja warum rennen die hier einfach zu fünf drum die machen wir ja direkt du aus er habe ich ihn erwischt ich weiß es nicht 9 9 und einigermaßen auf kein schwert der arsch lauf schneller ach ich habe keine chance oder vielleicht ist das scheiße 9 meine freunde ich bin so scheiße in minecraft pvp ja ich glaube für die erste folge war das schon mal ganz schön schlecht aber ich übe einfach weiter und ihr könnt mir dabei zuschauen wie ich immer besser werde hoffe ich mal und dann wenn es euch gefallen hat könnt ihr den daumen da lassen wenn ich da nicht und abonnieren um nichts mehr zu verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten mal